Wir haben eine feigen Driftshow, wir haben nochmal einen Rettung aufgesetzt, wir haben jetzt am 4-Jährigen im Start, als auch im letzten Jahr. Wir haben für euch Kirche Woodrington aus England mit eingeklogen, eine Dame mit ihrem eigenen Driftauto hier im Start. Wir haben jede Menge Nisse an Skala, wir haben für euch einen Mazda RX-7 und das ist auch der Grund, warum es hier jetzt noch ein bisschen dauert. Der hat sich gestern seit Mittagsdifferenzial erschossen, hat auf Ersatzteile gewartet und wenn ihr seht, da vorne wird noch geschraubt. Wir wollen euch wirklich alles bieten und deswegen geben wir den Jungs jetzt noch 5 Minuten, um das Auto fertig zu reparieren, damit wir gleich hier mit Vordermannschaft raus aus der Box mit euch. Hier sind für euch Remo Niesen, Lars Terbregen, Michelle Tidimarsch, Paul Cheshire, James Dean, Matt Carter, Ellen Green und natürlich Kirstie Kerbs verdrinkten unsere Damen. Das ist ein bisschen speziell, das ist 3 WG. Ich wünsche euch Spaß, das Wetter wird sich auch wieder betrachten. Das heißt, wir werden aktiv hier. Und ich hoffe, ihr lasst es euch schmecken. Okay, let's go! Oh! 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 Das war doch noch ein letzter Aufruf. Das war's für heute. Vielen Dank.